Wenig Wut war bei Sarah Lacker mit dabei. Wie haben Sie diese 1,77m eingeordnet? Also es war ein richtig guter Wettkampf. Ich bin von Anfang an relativ ohne Fehlversuche durchgekommen. Und die 1,80m waren knapp, aber die gehen bald. Kugel, auch etwas zum Ziel gesetzt, was ganz Konkretes? Die 13m würde ich gerne übertreffen. Super, dann alles Gute dafür.